um jomo leute ich bin es war ja von gameplays the game top für heute mit sascha hier die hohe er war ein röntgen auf unserer neuen für free to play reihe kombat arms ja es ist ein free game Ego-Shooter warte auf mich ja toll hier ist was ab warte mal ich muss jetzt mal hier packt oha so ein wichser mann komm her ja das ist so ähnlich wie counter strike nur free to play ja man ich hab ihn noch gekillt alter erster kill ja ist nicht schlecht also im alten clan wo ich früher war haben das sehr sehr viele gespielt und dann muss man doch mal den kopf treffen sowieso ja das ist nicht so schlecht also ja man braucht man ein wenig zu viel Schuss zum treffen ja einer der besten free to play Ego-Shooter eher so na man Headshot gibt aber auch ne One Shot natürlich und ähh er wird nur ein 16 a 3 das ist hier anfangs auf für natürlich nicht die beste animation der einstecher so das soll rechtsklick und anstrengenden als genau aufgebaut wie kohannes reich ziemlich aufgeguckt so gut kann aber auch springen und es ist recht cool ich habe eingemessert man da wie geil und ich bin gleich dauernd war ein heute heißt in dem kW zweite runde jeweils so heftig das baut man die amt Gegner 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 warum kann ich die noch treffen ich bin mein Gegner spawnen nur die haben gewinnen und schutzmann bin ich gestorben oha okay also die verschiedenen Mods gibt auch hier was ich glaube ich gibt schon zu weg und so herrschaft das jetzt Prozent einfach nur wer als erstes wäre also welches Team und demnächst wird welches Team als erstes 400 Kills hat Oha was war das ey ich komme mir gar nicht auf klar woher wo auch die Waffe krass alter ok äh woher runterladen könnt ihr das runterladen könnt ihr das auf der Homepage von denen gleich die Gleit ohne Witz die ist richtig Nice so war vor oben ja so mit so einem roten wie sie auch jede Waffe ist als der Scheiß M16 ey auf jeden Fall ich merke es gar nicht Granaten kann man überhaupt nicht werfen bei dem Spiel die fliegen ja drei Meter weit ey oh was hat der denn da auf die sind die fliegen viel zu kurz also ganz voll knicken ja aber die haben heftig Damage ey auch so geile Waffen haben oha drei Leute ey also ich glaube wir so ein bisschen kann das Falk Bersh Bersh das Game allemal Headshot ich hab Headshot gemacht Double Kill hey man kann aber auch nichts in die Gegner reinpfeffern ey und wer ist denn die es war eben aber auch nicht vor dir Atoll er will ihr das was Misshaust du hast weniger der ist ja oha aua 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 macht man nicht aber kann die Waffen auf der Fall immer auf drei Schuss umstellen Oha Ahr er manche sind als Drei Schusseshof bei der M Ja ey da geht nix rein ey also bei der M16 müsste man eigentlich Dauerfeuer im Nahkampf halten dann hat man ne Chance aber sonst oh oh my god boom lass mich tu ich bin Arzt hehehe keine Panik oh man da liegt da da ist nur einer Gedenkautomat zwei Stück Treppe auf der anderen Seite ist auch echt hier guck'n ob komm mal ich kann doch die Maps klar hier nehm wir wo ging ich hier links rein und dann hier runter die anderen sind schlimmer oha ey warum kann ich denn nicht runter ae und oh jetzt komm ich schon zu unserem Spawn hey du Wichsermann naja mal ab Alter was soll ich das mit Follower Port kommt zwar nicht weiter so hoher und dann wieder alle oha kann sich um Spawn das ist einfach alles ich hoffe dass diesmal klappt das besser mit dem Sound kann aber alles drei Wochen aufzunehmen für so ein Scheiß-Free-Game auch nicht oha Hälfte Schuhe und zu einem Hälter zu geben die Fortschritten Geil schon heftig Sondes aus dem Klinik mehrheitlich naja Drecksache oha warum sind sie in unserem Spawn Fortschritts hat er Ackergapen eingeblendet obwohl ich dazwischen voll viel gestorben und so vier mal oder so nur gleich in Szenen zum Wackel habe ich gemacht obwohl ich gar nicht gemacht er warum macht er nur drei Schuss die 36 ist richtig so hat er hat er die jeweils aber aus der Distanz über das ganze Decke Morla auf Dome oder die G36 hat Rückschlag aus und die Richter um auf dem Weg Räder von draußen die Ministeranforderungen müsste eigentlich auch locker schaffen aber wenn sie mit der Verpflichtung auf die die Locker komm ich hab zu über 1,6 GHz und ich werde das immer nicht auf und screen ein Scheiß aber weniger vor Ort ist es bei Weihnachten kommt ja ein Kassener PC ja der wie neu ist es jetzt sind Quatsch ja man wieder ein Kill geht schon mal ein bisschen ab ich will die AWP oder Scout oder ein Pentwood du hast zu viel bezahlt für den NPC meinst du? ja hundertprozentig alter hast du einen Quad Core oder einen I-5? Quad Core weiß ich so, wenn gleich mal was jetzt einen I-5 kriegen kann ich glaube sogar AMD oder? ja wie kann man aufheben die Waffen? ja sicher bei mir ist es eh, ich hab's zumindest so draufgelegt naja wenn wir's auch eh boah was find ihr los ey, wir haben schon zwei Kill zuerst du ja weil hier ist einer immer noch Campen also Ding hauen also boah weil er so einfach auf den Kopf von dem ey ja sicherlich gibt der mir dann einen One-Header ey ja sag ich doch der ist so voll am Campen ja man muss woanders hergehen, dieser große Raum ist scheiße man ja und man trifft den einfach nicht ich weiß wo ich jetzt immer hergehe boah oh nein da bin ich ja wieder im großen Ort oh du bist so bolo, schießt auf den Gegner man ja ich hab mich von der Scheiße erschrocken erschrocken ja erschrocken so sind wir mal ein Gymnasierst ey ja ich bin schlimm das geht auf dem Gymnasium ey schlimm 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 heutzutage alles darum läuft ey ja ich bin sehr enttäuscht von dir kann man keinen mehr zu moden kann man keinen mehr zu moden kann man keinen mehr zu moden alles gut oh ey guck mal hier das ist voll der geile Trick wo ich immer herlaufe ey wo läufst du mit dem Meier oha ey du Wichser man ach du verpiss dich doch mal weiß wo du meinst ok guck mal ob man die Finterschleiber einschlagen kann ne ich kann sie nicht hab ich schon probiert das sind das sind starke Scheiben ey das ist Qualität vom allerfeinsten ja Panzer ja sicher ey stehen ja vier Leute vor mir natürlich boah du kannst diese großen Räume nicht mehr gehen ey du musst nur noch die kleine ey kann man eigentlich die Granate in der Hand halten und das hier explodiert ähm ich glaub dann gehst du mit drauf ja ich probier's gerade ne geht nichts genau wie ich zähl's kann das weg verarsche was ja man kann die Granate so lange halten wie man will echt geil über css naja nicht geil man man kann die gar nicht timen die Granate was hier waren die eben alle und dann äh bist du da rein und dann auch wenn ich jetzt sterbe aber oh mein Team has lost ok loses wow ja ok ich nimmst du ich nehm mal unten Mitte aus Prinzip ok ich hab äh links unten Mitte genommen na neben mir was muss ich denn da gewinnen das ist auch immer cool keine Ahnung irgendwie so items oder so weil die sind nur so temporär beschränkt ja 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 ein 15er nein ist hier 6er alle 9er kommt schon nein nicht das 1er nein 3er 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 der 3e 3 pulled 4 3 3 andere Spiele. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sagen wir beide mal, ciao, haut rein, Leute.